Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wie ihr wisst, ich bin Random Life und heute bin ich wieder mit meinem Kameramann, dem Falk, unterwegs. Also an dieser Stelle erstmal, hallo lieber Falk, schön, dass du heute wieder dabei bist. Tatsächlich hatten wir heute so einen leicht durchwachsenen Tag. Wir haben uns nämlich heute ein Projekt vorbereitet, den sogenannten Ruhrkessel. Das war da, oder das ist damals die letzte Abwehrschlacht der Wehrmacht und der SS im Ruhrgebiet gewesen. Und wie ihr vielleicht wisst, gab es eine Zangenbewegung um das Ruhrgebiet herum. Und diese Zange von alliierten Streitkräften wurde geschlossen, ungefähr bei Iserlohn. Und heute haben wir uns mit Michael getroffen. Und Michael hat uns an die letzten Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges im Westen geführt. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, wie wir das wollten. Aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, das ganze Thema so im April, Mai nochmal zu wiederholen. Und dann werden wir euch die letzten Stunden, die letzten Tage der Wehrmacht im Westen zeigen. Also auf jeden Fall eine spannende Story. Wir haben von den Tigerpanzern die Spuren entdeckt. Wir haben gesehen, wie die Flakstellungen standen. Eilte Bunkeranlagen konnten wir noch erkennen. Und die Gesamtstory wird dann der Michael erzählen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine sehr spannende Story freuen. Und noch eine Sache möchte ich euch sagen. Tatsächlich habe ich auch meinen echten heftigen Stalker gehabt. Nicht nur irgendwelche dummen Kommentare oder so weiter. Sondern tatsächlich die erste Bedrohung und die erste Beleidigung auch auf einer Ebene, wo ich gesagt habe, da muss ich gegen angehen. Ich habe das erstmal für mich behalten. Tatsächlich hat das aber was mit mir gemacht, weil es nicht das Klassische, du machst dummen Content oder so war. Sondern es ging auf jeden Fall persönlicher. Und ich kann es doch gar nicht glauben. Stellt euch vor, ich habe diesen Typen noch nie gesehen. Es gab also auch für ihn keinen Grund, mich irgendwie zu haten oder ähnliches. Und dann bin ich heute mit Falk hier in diesem Bunker, in irgendeiner Stadt. Und dann kamen auf einmal Leute hier. Es wurde gerade dunkel. Wir hatten die Anlage aufgebaut. Und dann kommt der rein. Ja und dann haben wir erstmal entschlossen, die Sachen abzubauen. Kurz mal Luft zu holen. Und haben uns dann entschlossen, nochmal zurückzugehen. Und einfach die Konfrontation zu suchen. Und tatsächlich haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Und ein Agreement, dass das Thema begraben und beerdigt ist. Und da seht ihr einfach mal, dass nicht jeder Hater im Internet irgendwie schlecht ist. Weil so einen schlechten Eindruck hat er auf mich nicht gemacht. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Oder, oder, oder. Die Beweggründe sind mannigfaltig. Fakt ist aber, wenn man miteinander spricht, dann hat man die Möglichkeit, Konflikte auch zu besprechen. Und ich hoffe einfach, dass ihr das vielleicht als Metapher mitnehmt. Denn nur, wenn man miteinander spricht, dann kann man auch Konflikte lösen. So, genug geblabbelt. Hinter uns finden wir einen Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und wir sehen hier schon die relativ starken Türen. Es ist also nicht nur ein klassischer Luftschutzbunker für die Zivilbevölkerung. Sondern wir werden jetzt einmal reingehen und den Bunker uns von Nahen anschauen. Und dann seht ihr einfach mal, was wir hier entdeckt haben. Also, kommt mal mit. So, und das habt ihr ja schon von mir häufiger in den Videos gesehen. Wir befinden uns in der sogenannten Gasschleuse. Und häufig war es so, dass die Gasschleusen dann auch eine Aufschrift hatten. Und man durfte natürlich in dieser Gasschleuse nicht stehen bleiben, weil die Menschen damals natürlich schnell in das Bauwerk rein mussten. Und in diesem Bereich wurde dann eine Gruppe von Menschen reingelassen. Man hat dann die Haupttür, die Ausgangstür verschlossen. Im Bauwerk selbst herrschte ein Überdruck. Und erst als die Tür zu war, konnte man die Tür zum Bauwerk öffnen, damit dieser Überdruck nicht in das Bauwerk entweicht. Und wir gehen jetzt gemeinsam rein. Und da muss der Falk gleich ganz besonders aufpassen, weil wir hier viele Elemente schon auf dem Boden finden. Alles Relikte aus der damaligen Zeit. Sehr schön. So, Safety first. Und tatsächlich, Leute, ich war selbst noch nicht hier. Ich muss also selber mal ein bisschen schauen. Und ich lege dir immer die Sachen einmal zur Seite. Nicht, dass du hier gleich stolperst. Und guck mal mit. Hier unten ist weißer Schimmel. Das sieht aus wie vom Pferd, ne? Irgendwie so ein... Oder vom Auto. Irgendwie schwer zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher aus Erzählungen, dass die Anlage nach dem Krieg einer Nachnutzung zugeführt wurde. Und hier war eine Kfz-Werkstatt drin. Und das wird übrigens auch bestätigt, weil wir hier Schneeketten finden. So, hier finden wir ganz alte Zeitungen. Die kriegt man teilweise gar nicht auf, weil sie... Also auch hier wieder Rückschlüsse lassen es zu, dass wir hier in einer alten Werkstatt sind. Und hier gibt es sogar noch Jahreszahlen. 1955. Eine ganz alte Schrift und ein altes Fadenbuch, Leute. Schaut mal her. Da ist aber leer. Und 1965. Morgen kann es schon zu spät sein. Das hören wir immer noch, ne? Schaut mal hier. Das ist ja krass. Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen. Wunden, das kennen wir auch aus den ganzen ukrainischen und russischen Bunkern. Wie man jemanden verbindet, wenn er sich verletzt hat. Also es scheint auch ein Werkschutzbunker gewesen zu sein. Boah, das hört sich an, als ob hier einer ist. Oh nein, das geht sogar noch da hoch. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber erst mal gucken wir uns die Anlage hier unten an. Und schaut mal hier oben. Ist noch ein Originalschriftzug. Nur für Zivilpersonen. Das bedeutet, das war also tatsächlich ein Bunker für die Zivilbevölkerung. Vielleicht aber auch oben für hochrangige Parteifunktionäre. Und schaut mal hier, wenn man die Tür zumacht, dann hatte man hier so eine kleine Durchreiche. Die funktioniert leider nicht mehr. Und dann konnte der Bunkerwart die Leute entgegennehmen oder abweisen. Oder halt ihren Plätzen zuordnen. Also total spannendes Detail, welches ich bisher noch nicht gesehen habe in einem Bunker. Hier ist alles noch aus der damaligen Zeit vorhanden. Krass. Das könnte eine alte Ölpumpe gewesen sein. Guck mal hier. Ja, das wird eine Ölpumpe gewesen sein. Und hier. Guck mal, ein altes Mofa. Ich versuche das mal so ein bisschen drauf zu kriegen. 1957. Da steht's. Cari Göbel. 1957. No Fahre. Und häufig stehen hier die Jahreszahlen drauf. Hier haben wir 1951. Zeig dir das mal. Guck mal. Vielleicht kriegst du es drauf. Also ist es auf jeden Fall Nachkriegszeit. Und nicht direkt aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Aber trotzdem, wenn dieser Bunker sprechen könnte, Leute. Das ist schon krass. Notausgang. Haben wir hier stehen. Und alter, guck mal hier. Nur für Schüchtermann. Weißt du, was ein Schüchtermann ist? Ich auch nicht. Pfeil geht auf jeden Fall rein. Hier steht's nochmal. Bleib du gerne mal da. Aber das Detail, das Detail musst du unbedingt einmal anfangen hier. Das. Ich weiß nicht, ob du es draufkriegst. Ich geh mal hin. Dann kann ich es besser zeigen. Also, mittlerweile habe ich das schon häufiger in Bauwerken gesehen. Das sind sogenannte Strichlisten. Man hat immer vier Stück gemacht und eins zum Durchstreichen. Dann hatte man fünf. Und wir zählen mal gemeinsam durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn mal fünf. 75 Tage. 75 Tage war jemand hier drin. Höchstwahrscheinlich, wenn man dem Glauben schenken darf. Und kannst du das auch mit draufkriegen hier? Da steht Achtung nur für Beinversehrte. Ist auch extrem selten. Das ist wirklich ein krasses Bauwerk, Leute. Steht leicht unter Wasser, wie ihr sehen könnt. Und da vorne gibt es noch einen Durchgang. Ich werde für euch mal schauen. Ich denke mal, da vorne geht es gleich weiter. Wir brauchen gar nicht hier durchgehen. Aber ich glaube, wir gehen erst mal zusammen weiter in die Anlage rein. Upsala. Interessant, und das ist wirklich selten, dass man in Zivilbunkern wirklich so dicke Bunkertüren hat. Normalerweise, und das seid ihr ja auch in meinen anderen Videos, gibt es in der Regel nur Drucklufttüren. Und das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man hier eine Holztür eingebaut hat. Mit der Zarge ist auch eher selten. Vielleicht hat man die im Nachgang eingebaut. Und hier musst du ein bisschen aufpassen. Hier ist alles voll. Da steht Fiat, Renault, alles Mögliche an der Wand. Alles Nachkriegsnutzung. Eine alte Badewanne. Eine Abkantbank könnte das sein hier. Boah, hier ist ja alles voll. Auch viel Asbest. Also tatsächlich kommen wir von diesem Bereich gar nicht in diesen anderen Bereich. Aber wir gucken uns gleich erst mal um. Und schaut mal hier. Heiß und kalt steht hier drauf. Das sind die alten Zargen hier aus dem Bunker. Da vorne. Die hat man rausgenommen und gegen Holzzargen ersetzt. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben, oder? Das ist ja auch ein schönes Detail. Das ist von Spaten, von Bundeswehrspaten. Die Verpackung. Und hier kann man Dinge mit Ausstand wahrscheinlich. Oh, da kommt man, da waren wir ja gerade. Nee, wir müssen einen weiter. Wir müssen noch einen weiter. Wir müssen tatsächlich einmal zurück. So. Hier geht's nämlich hoch. Oh, hier musst du aufpassen. Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen da hoch, ne? Boah, das ist ja krass. Was für Geräusche, ne? Auch hier haben wir wieder einen Notausgang. Den gucken wir uns mal an. Du darfst einmal gucken. Den hat man verschlossen. Und daraus kommt man jetzt wohin. Guck mal, hier hat man einige Eingänge beziehungsweise Zugänge einfach zugemauert. Und auch hier wieder. Hier waren ja früher die Bänke dran. Hier unten. Man sieht's auch noch. Hier die Beschläge. Da, hier. Und dann saßen die Leute hier und haben dann hier eingetragen, wie lange sie hier in diesem Bunker waren. Das bedeutet, wir finden hier tatsächlich Zeitgeschichte. Auch hier nochmal. Hier ist es auch nochmal. Ja. Also, ich bin begeistert. Alte Holztür. Total trocken. Absolut Bestzustand. Hier ist sogar noch die alte Verkabelung dran. Häufig hatte man zum Ende des Krieges keinen Kupfer mehr, sondern man ist auf Aluminium umgestiegen, weil man das Material nicht mehr hatte. Und da wollte ich jetzt mal gucken. Aber das lässt sich leider nicht eruieren. Ein Tresor. Ich hab ein Tresor gefunden. Aber den kriegt man hier auf. Der wiegt bestimmt 500 Kilo. Dann möchten wir aber gerne wissen, was da drin ist, oder? Leute, wenn ihr wisst, was da drin ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Herrlich. Also, wir lachen jetzt gerade hier, aber ihr wisst selber, diese Bunker waren ja zum Schutz von Zivilpersonen in dem Fall gedacht. Und diesen Schutz brauchte man ja nur, weil oben der Bombenkrieg herrschte und die Leute sich hier drin in Sicherheit ... Alter. Guck dir das an. Guck dir das an. Lass mich einmal gucken, bevor wir irgendwas filmen. Das war keine persönlichen Dokumente irgendwie haben, sondern einfach nur irgendwelche technische Zeichnungen. Ja, hier hätten wir zum Beispiel technische Zeichnungen. Es ist ja alles voll. 1936, Leute. 1936. Den A. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen der Persönlichkeitsrechte von den Personen. Da stand nämlich jetzt auch Vorname, Nachname drauf. Aber hier, die sind alle oder fast alle aus der Zeit des Krieges. Hier auch. 1943. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch eins mit Stempel finden. Mit Hakenkreuzstempel. Alter. Hier kannst du noch altdeutsche Schrift erkennen. Das hier zum Beispiel, komm mal her. Das hier zum Beispiel ist von 1961. Muss wahrscheinlich ein bisschen dunkler machen. Guck mal hier. Das alte Männchen, ne? Der getreue Bote. Und da müssen wir wieder aufpassen. Da haben wir wieder Persönlichkeits. Also, Leute, wir wollen hier natürlich nichts kaputt und unordentlich machen. Deswegen werden wir uns hier nicht so lange aufhalten. 1970. Also es gibt hier auf jeden Fall eine Nachnutzung von diesem Bauwerk. Industrielle. Also, wow. Ein Traum. Also, komplett hier. Kannst du dir das mal angucken. Ich kenne mich mit technischen Zeichnungen nicht so aus, aber das scheint irgendwie ein Gebäude gewesen zu sein. Das sind die jeweiligen Pfeiler. Fenster, Achse. Rathaus, Neubau, Iserlohn. Ja, das ist das Rathaus in Iserlohn. Das es wahrscheinlich jetzt so gibt. Eigentlich ein spannendes Dokument. Insbesondere, wenn wir über den Ruhrkessel demnächst sprechen. Das ist doch schon wieder ein Zufall. Das kann auch keiner glauben. Genau. Also, schwenkt bitte nochmal einmal hier über den gesamten Bereich, damit die Zuschauer sehen, um wie viele Dokumente es sich hier handelt. Mega. Und wir gehen jetzt weiter, oder? Boah. Schau mal, die Mauer da vorne, siehst du das? Die kommt schon richtig, die biegt sich schon richtig raus. Und wie riesig das Ding ist. Boah. Wenn das mal nicht gruselig ist, oder? Alter. Wie kann denn Beton sich so verbiegen, bitte? Nein, ich liebe nicht. Das ist wirklich krass. Leute, stellt euch vor, das berstet. Das ist hier schon ein bisschen räulig. Das ist wahrscheinlich die Kohleschippe. da wurde die Kohle durchgehauen. Da müsste aber jetzt gleich der Kamin kommen. Oh, hier hat man mit Tapeten gearbeitet. Und mal gucken, ob ihr die Akustik direkt wahrnimmt. Hörst du das? Direkt gedämpfter. Direkt. Da vorne war ja alles sehr hallig. Und hier haben wir eine ordentliche Dämpfung drin. Und wir haben vor allem ordentliche Garderobe. Ich hätte meine Jacke auch hier aufhängen können, oder? Wie gesagt, mir ist immer wichtig, Leute. Wir hatten tatsächlich gerade überlegt, gucken wir uns die Anlage erst vorher an und nehmen euch mit rein. Aber dann haben wir gedacht, nee, random live Videos leben ja davon, dass ihr direkt mit mir als erstes die Bunker erkundet und ich gemeinsam mit euch den Zweck und Sinn einmal herausfinde. Und auch in diesem Bunker haben wir uns dann gemeinsam dafür entschlossen, nicht vorher reinzugehen, sondern gemeinsam mit euch diesen Bunker zu erkunden. Also von daher, das, was ihr gerade seht, sehe ich quasi auch zum ersten Mal. Und ich hoffe, es gefällt euch, was wir sehen. Haben wir hier schon reingeguckt? Hier gibt es die Klingelanlage. 19 oder 34? Das ist nicht der Ernst. 1934. Das ist so krank, Babys. Das ist wirklich so krank. Ich frage mal ganz kurz, mein Kameramann, Ton funktioniert noch, oder? Ja. Super. Stellt euch mal vor, gestern war ja der Mackie Auftrag Geschichte online und die ersten 15 Minuten war der ohne Mikrofon online und ich habe ihn angerufen, ich habe ihn schön, dass du das dann doch irgendwann noch gesehen hast. So, da kommen wir gerade her und ich gebe euch mal ein bisschen gruselige Musik mit drauf. Schalter aus Bakelit. Wir haben ja heute von Michael erfahren, Deutschland hat ja in dem Zweiten Weltkrieg Schwierigkeiten, weil in Deutschland gibt es ja kein eigenes Öl, aber während des Ersten Weltkrieges hat man schon ein Hydrierverfahren entwickelt, welches aus Kohlekraftstoff fertigen konnte und im Zweiten Weltkrieg hatte man dann IG-Verfahren, nennt sich das, das so weit verfeinert, dass auch die Abfallstoffe aus der Hydrierung auch genutzt werden konnte. Man hatte dann quasi die Abfallprodukte genutzt, um Bakelit, also das frühe Plastik zu entwickeln und auch ganz viele andere Sachen. Das war ein ziemlich gutes Verfahren, weil man nicht nur den Kraftstoff nutzen kann, sondern tatsächlich halt auch alle Abfallprodukte und das war seiner Zeit damals wirklich sehr weit voraus. So, und hier haben wir sogar Bilder in Farbe, ich will hier gar nicht drauf treten, weil wir haben hier eine Heliumverflüssigkeitsanlage, Stickstoffverflüssigung, was ist das hier bitte? Universität Bielefeld. Also es ist hier die Skizze, die technische Bauzeichnung von der Universität Bielefeld. Die liegt hier einfach auf dem Boden rum, Leute. 1973. das Untergeschoss. Und schau mal hier, hier finden wir schöne Fotos von architektonischen Bauwerken, Präzision zum Beispiel. Wunderschön. Innenausbau 1974. Wisst ihr übrigens, der Falk, der hatte früher immer dieses Hobby machen wollen und der hatte aber damals niemanden, mit dem er das ausüben konnte und dann hat er irgendwann Familie bekommen und hat sich wahrscheinlich schon gedacht, dass er das nie wieder machen und dann hat er durch Oliver quasi die Information bekommen, dass ich einen Kameramann suche beziehungsweise er hatte sich angeboten, so rum und jetzt sind wir mittlerweile schon das zweite Mal zusammen und wir haben richtig viele Projekte, von daher ich hoffe, diese neue Perspektive gefällt euch, dass ich auch mal vor der Kamera stehe. Du darfst natürlich auch was sagen, ne? Na klar. So, ich versuche, bitte? Der macht das richtig gut, wir sind übrigens erst das zweite Mal unterwegs und wir haben ja, also weder habe ich Erfahrung vor der Kamera, noch hat er so richtig Erfahrung mit einer Person vor der Kamera und dafür klappt das schon richtig gut. Ich werde demnächst das Video hochladen vom ersten Mal, aber auch das zweite macht schon richtig, macht richtig schon Lust auf mehr. so, ich gucke mal, ob es sich lohnt, hier für dich zu filmen. Ich weiß nicht, ob du hier hinkommst, hier liegen auf jeden Fall Munitionskisten. Es wird schwierig, oder? Weil du siehst ja auch kaum was. Guck mal, hier eine Munitionskiste, die man nicht unbedingt als Munitionskiste, aber hier, die sieht man auf jeden Fall. Ja, genau, komm mal, eine richtige Munitionskiste, Leute. Das ist schon richtig gut. Klasse. Als Kabel, um das der Kabellieb seht, Leute, dann ist die dem Morgen komplett leergerupft, aber es sind Aluminiumkabel, von daher, es lohnt sich nicht. Hast du eine Idee, was hier drin ist? Das ist schon eine große Anlage, oder? Und schön, dass es halt noch was drin ist, oder? Geh recht durch. Alter, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist nämlich alles voller Schimmel und guck mal, Bohrkerne. Geil. Das ist ja witzig. Archivpläne. Ich bin fast hier reingelaufen. Möbus. Keine Ahnung, was Möbus ist. Ja, gestern habe ich das erste Mal, Gott hab sie selig, eine Spinne töten müssen. Ich glaube mir, Leute, die dürfen bei mir machen zu Hause, was sie wollen. Ich lebe sogar mit diesen Hauswinkelspinnen und diesen neuartigen Spinnen. Wie heißen die nochmal? Die sehen aus wie Hauswinkelspinnen, aber sind noch größer und können weißen. Mit N. Ich weiß es nicht. Meine Mutter hat mich davor gewarnt und seitdem habe ich da panische Ahrens vor. Die sind bei mir zu Hause und eine war davon bei mir im Auto und ist dann quasi an der A-Säule langgelaufen und das ist das erste Mal seit bestimmt acht oder neun Jahren, dass ich wieder ein Tier getötet habe. Ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, aber ich hatte so eine Panik. Hätte ich es anders machen können, hätte ich es anders gemacht, aber ich konnte leider nicht. Bevor eine Spinne oder irgendein Tier bei mir tötet, dann nehme ich mir ein Weinglas oder so, packe die ein, egal wie groß mein Ekel ist, aber im Auto hatte ich keine Möglichkeit, das irgendwie hinzubekommen und bevor ich irgendwie einen Unfall baue oder so, habe ich das leider getan. So, zurück zum Bauwerk. Hier haben wir verschiedene Transportboxen, ich würde sagen, nicht aus dem Krieg. Witzig, komm mal her. Warte mal, ist das ein Modell? Könnte ein Modell sein, ne? Von irgendeiner, warte mal, hier steht es sogar drauf, Prosperstraßenbrücke über den Rhein-Herne-Kanal. Maßstab 1 zu 10, Baujahr 1951. Prosperstraßenbrücke, das ist eine Straßenbrücke, aber die ist, genau, aber andersrum, wir müssen uns die andersrum vorstellen, weil es ist ja auf dem Kopf, siehst du das, es ist auf dem Kopf, bedeutet, wenn wir das jetzt hier rausholen würden oder so, dann hätten wir hier eine Brücke. Nein, noch besser, komm mal her, ich habe es rausgefunden. Das ist die Fahrbahndecke hier, das ist die Fahrbahndecke, da fahren die Autos drauf und das ist der schematische Aufbau und das sind die ganzen Rohre, wo die ganzen Sachen durchgegangen sind. Passt, oder? Ja, das ist der schematische Aufbau. Das ist, wie nennt man das nochmal, Drahtgeflecht, Stahl, Stahlkonstruktion. Stahl, danke. Ja, ich habe nämlich heute ganz schlecht geschlafen, Leute, mir fehlen heute so die Wörter. So, hier haben wir noch, hier haben sie mit kleinen, wie nennt man das hier? Zielschießen, ne? Mit Luftpistole, Luftgewehr und die ganzen, also als sie Langeweile hatten, hatten sie die Dinger kaputt geschossen. Ja, okay, also ich glaube, der Raum mit den Dokumenten, das war schon absolut das Highlight, das Brückending, fand ich auch ziemlich cool. aber auch hier, keine Ahnung, was das, hier dieses Modell, guck mal, hier in der Ton- Du gehst vor, guck dir das mal an, sind das Schnecken? Das sind Schnecken, ne? Ey, das sind hunderte Schnecken. Guck dir, guck dir das mal an, Leute, guck dir mal die Schnecken an. Ich habe ihm gerade die Tür hinter diesen zugemacht, damit er mit den Schnecken alleine ist. Er wollte schon immer ein paar Schnecken kennenlernen. Das war gut. Gerne. Okay, hier ist ein Ausgang, da gehen wir jetzt auch nicht raus und alles voller Riesenspinnen, Leute. Spinnen und Schnecken. Du hast deine Füße im Griff? Sehr gut. Alter, ich weiß gar nicht, wo wir lang sind, sondern wo ist das? Aber ich würde sagen, wir gehen das mal, nee, wir gehen da lang, komm, wir gehen da lang. Hier hat man eine Trennwand eingezogen. ich guck mal, ob es sich lohnt. Nein, es lohnt sich nicht, aber du kannst trotzdem mal gucken, wenn du willst. Ich habe es dir gemacht. Guck mal, was meinst du, sind das zum Anlegen gewesen, sind die Dinger? Sieht so ein bisschen aus wie im Krankenhaus, ne? Ja, ne? Und hier ist sogar, guck mal, der Putz, man hat hier einfach ganz viel Farbe so aneinander gemacht. Und hier ist ein weiterer Ausgang, den man, sollen wir uns mal die Details angucken? Guck mal, es gab ja immer die Möglichkeit, so Türen ganz normal mit dem Verschluss zu verschließen, aber hier hat man nochmal besonders darauf geachtet, dass man nicht von außen reinkommt. Man hat nochmal hier diese Verstrebungen und hier, ähnlich wie man das bei heutigen Fenstern hat, dass man die nochmal arretieren kann. Von außen kriegt man die also nicht runter. Selbst mit maximaler Gewalt kriegt man die hier nicht kaputt. Und das haben wir hier auf allen Seiten. und wenn jemand klopft, hätten wir die Möglichkeit hier das auch irgendwie zu öffnen. Irgendwie. Aber von daher spannendes Detail. Und guck mal hier, das ist 100% nachträglich eingebracht worden. Wir haben ja oben die Metallzargen gesehen. Die hat man ja rausgenommen und hier im Nachgang die Holzzargen reingemacht. Oben die Metallzargen haben wir ja gerade gesehen. Wer weiß, vielleicht ist das ja mal ein Krankenhaus gewesen in der Nachkriegszeit. Wir haben noch gar keinen Technikraum gesehen so richtig, ne? Hier haben wir die Hauptschalter, Hauptsicherungen. Also eigentlich schon fast zu sehr, also zu wenig für diese Riesenanlage. Weitere Dokumente, der Falk. Pass auf dein Köpfchen auf. Hast du gesehen, ne? Boah, hier ist der Schimmel. Hier ist der Schimmel, Leute. Hier bleiben wir nicht lange drin. Wir gucken mal, Bundesbaudirektion 67. Montage der Farmbahnklappen. Hier könntest du... Hier oben. Genau, da kannst du mal drüber schwenken. So, hier haben wir ein Schild der Dresdner Bank. Hier konnte man Pommes machen, lecker Pommes. Kostenanschlag für elektrische Aufsuffung. Guxhafen. So, hier dürfen wir leider nicht filmen, weil da wissen wir alle, wo wir sind, wenn wir das filmen. Aber ich glaube, wir gehen auch lieber hier raus, weil ich merke schon die Lunge. Das ist wahrscheinlich nur der Treppenuntergang, da braucht man nicht gucken zusammen. Hier ist wahrscheinlich nur ein Absperr. Nö. Ich wollte euch schon immer mit auf meine Toilette nehmen. Soll ich dir in eine Schneckentoilette gehen? Ne, besser diesmal. Kommst du durch? Boah, herrlich. Ja, ne? Leute, ihr wollt nicht meine Gäste sein, oder? So. Nochmal der Blick zurück, oder? Gingen wir das hin? Dem Gimbal ist, jetzt habe ich dir eine Falle gestellt, er dreht ja mit Gimbal und Gimbal ist nicht ganz so schnell mit der Bewegung, wenn man quasi 180 Grad oder so bewegen muss. Deswegen habe ich ihm gerade einen kleinen wie sagt man, Bärendienst, ja genau, gepfobbt. Guck mal hier, guck mal hier. Leuchtet das vielleicht sogar noch? Ne, leuchtet nicht. Hier haben wir die Temperatur, spülen, waschen. Höh, leuchtet sich schon auf. Und das ist eine Geschirrspülmaschine von Toro. Und hier haben wir eine Spüle von Maiko. Kennt jemand Maiko? Maiko kenne ich nicht. Hier haben wir vielleicht für die Wäsche, damit wir die Wäsche trocknen können. Oder das Bini, aber das macht keinen Sinn. Und hier haben wir einen großen Hauptschalter, wir lassen lieber die Finger davon. Und jetzt kommen wir so langsam zu den elektrischen Einrichtungen. hier wurde gekocht. Guck mal. Und was für ein Zustand von Röder, Darmstadt. Das ist mal ein krasser Zustand. Meinst du, das können wir noch bewegen? Ja. Das können wir noch bewegen. Tatsächlich. Nicht mehr so 100%, aber so ging auf jeden Fall ein bisschen. Ja. So, wir haben hier Gasgeräte, Gesellschaft, Jung. aus Bochum. Cool. Und Leute, der Bunker nimmt einfach kein Ende. Aber das ist auch geil, guck dir das mal an. Hier wurde bestimmt das ein oder andere Süppchen gekocht. Von Senking in Hildesheim. Wärmschrank. Boah, Alter, da konntest du richtig was reinladen. Guck dir das mal an. Da konntest du ein paar Brote drin machen, aber da hast du dich garantiert verbrannt, wenn du da rein wolltest. Vielleicht gab es ja auch Schnecken. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Raum. Und ja, das ist der Raum, den wir gerade da durchgesehen haben. Und es gibt bestimmt einige Leute, die sind da durchgegangen. Hättet ihr nicht machen müssen. So, tatsächlich kein Generator. Kein Generator, kein Generatorraum, habe ich noch nicht gefunden. und keine Lüfter. Also, wahrscheinlich schon alles demontiert. Scheint ein Überdruck gewesen zu sein, Überdruckzylinder. Also, kein klassischer Bunker in dem Sinne, wie wir ihn kennen, Hochbunker, Tiefbunker, sondern ich würde sagen, ein klassischer Werkschutzbunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber auf jeden Fall ein verbunkertes Bauwerk. Und damit auch hier wieder Weltkriegsbezug. Aus meiner Sicht auch trotz der Nachnutzung mega spannend, insbesondere, weil die ganzen Dokumente noch da sind. Guck mal, wenn du nicht lieb bist, Falk, dann kriegst du es hier mit der mit der Heulgabel. So, wie hat dir denn die Nummer bis jetzt gefallen? Ja, dir? Ja, tatsächlich. Das ist schön. Ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben. Lieben Gruß an Oliver, dass du da das Bindeglied auch warst für die Nummer. Wir versuchen jetzt irgendwie aus diesem Labyrinth herauszukommen. Zeigen euch dabei nochmal die ganzen Räume. Und natürlich eigentlich der spannendste Raum hier mit dem Tresörchen. Okay, also wir haben noch drei Minuten. Wisst ihr, was wir da machen? Ich mache jetzt mal eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, wisst ihr ja nicht, wie der Falk aussieht? Ah, super. Ja. Ich habe mich aber rausgeputzt. Ich weiß gar nicht, wie man da mit diesem Grimmel umgeht. So. So, und da seht ihr den lieben Falk. Ja, wo? Und lieber Falk, erzähl doch mal, wie hat es dir hier gefallen? Mir hat es mir sehr gut gefallen. War der zweite Tag jetzt, also von daher hat man nicht so viel gesehen, aber in Zukunft haben wir auch einiges anrichten. Definitiv, definitiv. Freut mich mega, dass wir uns auf Anhieb so gut verstanden haben und dass du auch Bock auf die Nummer hast. Also richtig cool und jetzt versuche ich das Ding wieder umzugehen. Das ist gar nicht so einfach. Also erst mal hat alles geklappt. Erst mal Respekt für die Leistung, die du bringst. Ich habe gerade gemerkt, das Gimbal wiegt wahrscheinlich 1,2 Kilo. Ja, und stattdessen mit Objektiv anderen Alten. Genau, das bedeutet, der hat die ganze Zeit dieses Gimbal seit wahrscheinlich 30 Minuten in der Hand. Ich habe es gerade nur für eine Minute in der Hand gehalten. 30 Sekunden. Ja, noch nicht, 30 Sekunden. Also von daher freut mich mega, dass wir uns kennengelernt haben. Freut mich auch, dass du Spaß daran hast. Mich freut vor allem, dass wir heute mit der Person sprechen konnten, dass wir das auflösen konnten. Mir geht auf jeden Fall, es fällt ein Stein von Herzen. Ich bin ehrlich zu euch, weil mich hat das tatsächlich belastet. Und ich, genau. Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Wenn euch dieser Content gefällt, wenn euch dieses Bauwerk gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch dieses neue Format mit Falk, meinem Kameramann, gefällt. Wie ich mich vor der Kamera mache, würde ich mich auch sehr interessieren und ob ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge habt oder ihr sagt, für das erste, zweite Mal schon ziemlich cool. Alles mal in die Kommentare reinschreiben. Und wir nutzen die letzten anderthalb Minuten noch, um hier hoffentlich lebend rauszukommen. Und kommt mal mit, wir gehen jetzt am besten direkt schnell. Ja. Alter, also es war gerade ein richtiges Beben und wenn wir jetzt auf die letzten Minuten noch jemanden in die Hast du gesehen? Hallo? Okay. Haben wir das Schild da oben schon gezeigt? Nur für Klönne? Sehr gut. Kommen wir den lieber schnell raus, oder? Man muss ja sein Glück nicht komplett irgendwie auch überschrapazieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Mir fehlen einfach die Worte. Und so meine Leute, also wir sind raus, Falk und ich sind raus und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Random Life. Mega, oder? Ja. So Leute, wir haben hier noch einen spannenden Raum. Irgendwelche Schuhcreme. Amperemeter. Und irgendwelche keine Ahnung was. Alte Lampe. Das letzte Kennzeichen. Nicht dein Ernst, guck mal, von der US-Armee. Das ist ja wohl krass. Irgendwelche Beutel oder so von der US-Armee. Das könnte... Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall US-Armee. Schwierig zu sagen. Diese komischen Behälter aber auch, ne? Das ist schon spannend. Das ist ganz schön. Ich hab dir mal vor, da wäre ein US-Armee oder ein Wehrmacht-Zeichen drin, ne? Hier die ganzen Sicherungen. Guck mal hier. Gebrauchsanweisung für Gummipresse oder so. Interessant. Die alte Liste kann man auch hier drinnen haben. Haltes Werkzeug. Man sieht auf jeden Fall, wofür es mal war, ne? Kfz, blablabla. Autowerk Stuttgart-Waihingen. Krass. Boah, weißer Schimmel. Wie konnten wir den Augen gerade übersehen?